Neu eingetroffen ist ein Audi SQ7, 4 Liter V8 aus dem Jahr 2020, 3x S-Line, Top-Ausstattung, gucken wir uns das Fahrzeug einmal jetzt im Detail an. Wir haben Matrix-LED-Scheinwerfer, Abstaltregeltempomatanlage, 22 Zoll Leichtmetallfelgen, er hat die wunderschönen S-Line Sport Plus Sitze in schwarz, Head-Up-Display, Rückfahrkamera, 63 Grad Ansicht, 3x S-Line, Bose Soundsystem. Das Coole ist ja an dem Wagen, dass er die dritte Sitzreihe auf jeden Fall auch noch hat. Es ist ein Siebensitzer mit 435 PS, eine elektrisch schwenkbare Anhängelkupplung haben wir. Und hier ist die dritte Sitzreihe. Man kann einmal per Knopfdruck runterfahren und natürlich auch elektrisch wieder hochfahren. 90.000 Euro gelaufen. Für wie viel bietet man das Fahrzeug an? Für 71.950 Euro. Das Fahrzeug ist selbstverständlich aus erster Hand unfallfrei, nachlackierungsfrei und eine deutsche Erstauslieferung. Falls du diesen wunderschönen SQ7 finanzieren möchtest, wir bieten über die Konsorsfinanz Santander FC und über die MKG Bank Finanzierungsmöglichkeiten an. Eventuell hast du auch ein Fahrzeug, den du vorher verkaufen möchtest und den bewerten wir zum Höchstpreis auf. Und wenn ich jetzt dein Interesse geweckt habe, rufst du an oder am besten, du kommst morgen vorbei. Bis zum nächsten Mal.